Lektion 1 – Interessante Orte in der Nähe Hallo Anna, ich habe einige Nachforschungen angestellt und ein paar interessante Orte in der Nähe gefunden. Wir entscheiden immer noch, wohin wir gehen sollen. Hallo! Das ist aufregend! Neue Orte zu erkunden ist immer ein Abenteuer. Welche Optionen haben Sie gefunden? Nun, es gibt ein bezauberndes Café in der Innenstadt mit tollen Kritiken. Es ist bekannt für sein gemütliches Ambiente und sein köstliches Gebäck. Das klingt wunderbar. Ich probiere gerne neue Cafés aus. Was hast du noch entdeckt? Ich bin auch auf einen schönen botanischen Garten am Stadtrand gestoßen. Er ist bekannt für seine atemberaubende Blumenpracht und seine friedliche Atmosphäre. Oh, ein botanischer Garten klingt herrlich. Ich liebe es, von Natur umgeben zu sein. Gibt es noch andere Orte, die eine Überlegung wert sind? Ja, es gibt eine lokale Kunstgalerie, in der Werke Talentäter Künstler ausgestellt sind. Es ist eine großartige Gelegenheit, verschiedene Kunststile und Kreativität zu schätzen. Das ist faszinierend. Ich schätze Kunst und das Entdecken neuer Künstler. Es könnte eine inspirierende Erfahrung sein. Haben Sie noch andere Optionen gefunden? Eine weitere Option ist ein Wanderweg in den nahegelegenen Bergen. Es bietet atemberaubende Ausblicke und die Möglichkeit, sich durch Outdoor-Aktivitäten mit der Natur zu verbinden. Ah, wandern klingt berauschend. In der Natur zu sein und die Berge zu erkunden, kann ein erfrischendes und anregendes Erlebnis sein. Wir haben einige großartige Möglichkeiten. Ich freue mich, dass dir die Optionen gefallen. Jetzt müssen wir nur noch entscheiden, welches uns am meisten zusagt. Es ist keine einfache Entscheidung. Du hast recht. Jede Option hat ihren eigenen Reiz. Vielleicht können wir unsere Präferenzen und Interessen berücksichtigen, um eine Entscheidung zu treffen. Das ist ein guter Ansatz. Wir können darüber nachdenken, worauf wir Lust haben und was uns am meisten Freude und Erfüllung bringen würde. Absolut. Wir sollten einen Ort wählen, der unseren Interessen entspricht und uns ein unvergessliches Erlebnis ermöglicht. Es geht darum, das Beste aus unserer Zeit zu machen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wir wollen bleibende Erinnerungen schaffen und eine tolle Zeit haben. Nehmen wir uns etwas Zeit, um darüber nachzudenken und bald eine Entscheidung zu treffen. Das klingt nach einem Plan. Wir können das weiter besprechen, die Vor- und Nachteile abwägen und zu einer Schlussfolgerung kommen. Ich freue mich auf unser kleines Abenteuer. Ich auch. Es wird ein lustiger Ausflug, egal für welchen Ort wir uns entscheiden. Machen wir das Beste daraus und genießen wir unsere gemeinsame Zeit. Lektion 2 Die Wunder der Natur Hallo Anna, ich habe nach nahegelegenen Nationalparks gesucht und einen mit tollen Wanderwegen gefunden. Wir sollten einen Besuch planen. Hallo. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Nationalparks bieten atemberaubende Naturschönheiten und Möglichkeiten für Outdoor-Abenteuer. Welcher Park ist das? Es heißt Wildernesshaven-Nationalpark. Es ist bekannt für seine vielfältigen Landschaften, darunter dichte Wälder, glitzernde Seen und majestätische Berge. Wow, der Wildernesshaven-Nationalpark klingt wie ein verstecktes Juwel. Die Erkundung seiner Wanderwege wäre eine hervorragende Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Welche Art von Wanderwegen bietet es? Der Park verfügt über eine Vielzahl von Wanderwegen, die unterschiedlichen Vorlieben und Könnerstufen gerecht werden. Es gibt einfache Wege für gemütliche Spaziergänge und anspruchsvollere Wege für begeisterte Wanderer. Das ist wunderbar. Es ist toll, dass der Park verschiedene Wandermöglichkeiten bietet. Wir können einen Weg wählen, der unserem Komfortniveau entspricht, und das Erlebnis genießen. Wir können in die ruhige Schönheit des Parks eintauchen, die frische Luft einatmen und die Wunder der Natur aus erster Hand erleben. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Umgeben von der Natur wirkt beruhigend und ermöglicht es uns, die Schönheit unserer natürlichen Welt zu schätzen. Gibt es bestimmte Trails, an denen du interessiert bist? Ein Trail, der mir aufgefallen ist, ist der Mistimido Trail. Er ist bekannt für seine malerischen Wiesen, die mit bunten Wildblumen geschmückt sind. Es ist ein unvergesslicher Anblick. Oh, der Mistimido Trail klingt bezaubernd. Ein Spaziergang durch blühende Wiesen wäre so ein herrliches Erlebnis. Gibt es noch andere bemerkenswerte Wanderwege? Ja, es gibt auch den Cascade Falstrel. Er führt zu einem herrlichen Wasserfall, der moosbewachsene Felsen hinunterstürzt. Die Aussicht ist einfach beeindruckend. Das klingt absolut atemberaubend. Die Erkundung des Cascade Falstrel wäre ein Genuss für unsere Sinne. Ich freue mich darauf, die Kraft und Schönheit des Wasserfalls zu erleben. Ich freue mich, dass du so aufgeregt bist. Es wird ein unvergessliches Erlebnis. Wir können uns auch Zeit nehmen, Fotos aufnehmen und unterwegs bleibende Erinnerungen schaffen. Auf jeden Fall. Die Natur bietet uns unzählige Möglichkeiten, schöne Momente festzuhalten. Wir können unser Abenteuer dokumentieren und mit anderen teilen. Das ist eine tolle Idee. Das Teilen unserer Erfahrungen kann andere dazu inspirieren, die Natur zu erkunden und ihre Wunder zu schätzen. Es ist eine Möglichkeit, die Schönheit, der wir begegnen, zu verbreiten. Absolut. Die Natur hat eine Art, Menschen zu inspirieren und zu verbinden. Durch unsere gemeinsamen Erfahrungen können wir andere ermutigen, sich auf ihre eigenen Abenteuer einzulassen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns unseren Besuch im Wildernesshaven-Nationalpark planen, in seine Schönheit eintauchen und uns von der Natur verzaubern lassen. Lektion 3 Malen und Trinken Hallo Anna, ich bin auf diese lustige Aktivität gestoßen, bei der du malst, während du deinen Drink genießt. Es klingt nach einer großartigen Möglichkeit, sich zu entspannen und unserer Kreativität freien Lauf zu lassen. Hallo! Das klingt nach einer reizvollen Idee. Malen mit Getränken zu kombinieren, klingt nach einem unterhaltsamen und einzigartigen Erlebnis. Wo hast du davon gehört? Ich habe darüber in einer lokalen Zeitschrift gelesen. In der Stadt gibt es ein trendiges Kunstatelier, in dem diese Malstunden stattfinden. Sie bieten alle Kunstgegenstände und sogar eine Auswahl an Getränken, die sie beim Malen genießen können. Das klingt fantastisch. Es ist eine perfekte Gelegenheit, unsere künstlerische Seite zu erkunden und gleichzeitig eine gute Zeit zu haben. Welche Art von Gemälden bieten sie an? Sie haben eine Vielzahl von Malthemen zur Auswahl. Sie reichen von Landschaften und Stillleben bis hin zu abstrakter Kunst und Popart. Wir können diejenige auswählen, die uns am meisten zusagt. Das ist wunderbar. Bei einer so vielfältigen Auswahl können wir verschiedene Malstile ausprobieren und neue Techniken erlernen. Es ist eine spannende Möglichkeit, unseren künstlerischen Horizont zu erweitern. Absolut. Außerdem ist es auch eine soziale Aktivität. Wir können andere Kunstbegeisterte treffen, unsere Ideen austauschen und die Arbeit des anderen schätzen. Es ist eine Gelegenheit, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten. Ich liebe die Idee, mit anderen Kunstliebhabern in Kontakt zu treten. Es schafft ein unterstützendes und inspirierendes Umfeld. Wir können voneinander lernen und neue Sichtweisen auf Kunst gewinnen. Auf jeden Fall. Es ist erstaunlich, wie Kunst Menschen zusammenbringen und Kreativität fördern kann. Und das Beste daran ist, dass keine vorherige Malerfahrung erforderlich ist. Es steht allen offen. Das ist toll zu hören. Das bedeutet, dass wir die Aktivität genießen können, auch wenn wir Anfänger sind. Es ist eine urteilsfreie Zone, in der wir uns durch Kunst frei ausdrücken können. Absolut. Die Instruktoren im Studio sind erfahren und beraten sie Schritt für Schritt durch den gesamten Malprozess. Sie machen es jedem leicht, mitzumachen und sein eigenes Meisterwerk zu schaffen. Das ist beruhigend. Sachkundige Lehrer machen die Erfahrung angenehmer und helfen uns, unsere Malfähigkeiten zu verbessern. Ich freue mich sehr darauf. Ich auch. Es wird eine wunderbare Gelegenheit sein, sich zu entspannen, Spaß zu haben und unsere kreative Seite auszuschöpfen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir gemeinsam schaffen werden. Mir geht es genauso. Es ist immer aufregend, neue Aktivitäten zu erkunden und verborgene Talente zu entdecken. Lassen Sie uns die Erfahrung genießen und unsere inneren Künstler zum Strahlen bringen. Absolut. Machen wir einen Plan, bald das Kunstatelier zu besuchen und diese einzigartige Mal- und Getränkeaktivität zu genießen. Es wird ein unvergessliches und angenehmes Erlebnis sein. Ich stimme vollkommen zu. Lassen Sie uns einen Termin vereinbaren und dafür sorgen, dass es passiert. Ich freue mich darauf, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen und eine tolle Zeit zu haben. Vielen Dank, dass Sie diese Idee geteilt haben. Ich freue mich, dass du dich darüber freust. Machen wir es zu einem unvergesslichen Erlebnis voller Lachen, schöner Kunst und guter Gesellschaft. Wir sehen uns bald. Lektion 4 Intelligente Planung Hallo Anna, ich habe einen klugen Plan für unseren Ausflug. Wir sollten auch die Wettervorhersage überprüfen, bevor wir abreisen. Hallo! Das ist eine großartige Idee. Es ist wichtig, vorbereitet zu sein und zu wissen, wie das Wetter wird. Es kann uns helfen, das Beste aus unserem Tag zu machen. Absolut! Wenn wir die Prognose überprüfen, können wir uns angemessen kleiden und alle notwendigen Gegenstände mitbringen. Wir wollen nicht unvorbereitet auf unerwartete Wetterbedingungen erwischt werden. Du hast absolut recht. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Wenn wir das Wetter im Wohaus kennen, können wir fundierte Entscheidungen treffen und unsere Pläne entsprechend anpassen. Das ist ein kluger Ansatz. Es stellt sicher, dass wir eine angenehme und unterhaltsame Erfahrung haben. Wir können Unannehmlichkeiten oder Unannehmlichkeiten vermeiden, die durch ungünstige Wetterbedingungen verursacht werden. Auf jeden Fall! Es geht darum, unseren Spaß zu maximieren und potenzielle Hindernisse zu minimieren. Indem wir die Wettervorhersage überprüfen, erhöhen wir die Chancen auf einen erfolgreichen Ausflug. Ich stimme vollkommen zu. Es ist ein kleiner Schritt, der einen großen Unterschied machen kann. Wir können unseren Tag effektiver planen und auf der Grundlage der Prognose die notwendigen Vorkehrungen treffen. Absolut! Es gibt uns die Möglichkeit, proaktiv zu sein und unsere Pläne bei Bedarf anzupassen. Wir können alternative Optionen prüfen oder Aktivitäten verschieben, um eine ebenso unterhaltsame Zeit zu verbringen. Das ist ein großer Vorteil. Flexibilität ist der Schlüssel, wenn es um Outdoor-Aktivitäten geht. Indem wir über das Wetter auf dem Laufenden bleiben, können wir vor Ort Entscheidungen treffen und unsere Reiseroute entsprechend anpassen. Exakt! Es geht darum, anpassungsfähig zu sein und das Beste aus den Umständen zu machen. Indem wir die Prognose überprüfen, ermöglichen wir uns, kluge Entscheidungen zu treffen und einen unvergesslichen Tag zu erleben. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es geht darum, vorbereitet zu sein und für ein reibungsloses Erlebnis zu sorgen. Die Überprüfung der Wettervorhersage ist eine einfache, aber effektive Möglichkeit, dies zu erreichen. Absolut. Es ist eine kleine Anstrengung, die viel bewirkt. Indem wir diesen intelligenten Planungsschritt einbeziehen, können wir unseren allgemeinen Genuss steigern und das Beste aus unserer gemeinsamen Zeit machen. Du hast absolut recht. Machen wir es uns zur Gewohnheit, immer die Wettervorhersage zu überprüfen, bevor wir losfahren. Es ist eine kluge Praxis, die uns in verschiedenen Situationen zugute kommt. Ich stimme vollkommen zu. Es ist eine intelligente Strategie, die auf jeden Ausflug angewendet werden kann, egal ob es sich um einen Tag am Strand, eine Wanderung in den Bergen oder die Erkundung einer neuen Stadt handelt. Bleiben wir vorbereitet. Auf jeden Fall. Auf diese Weise sind wir für alle Wetterüberraschungen gewappnet, die uns in den Weg kommen könnten. Es ist ein proaktiver Ansatz, der ein reibungsloses und angenehmes Erlebnis gewährleistet. Absolut. Ich freue mich, dass Sie mit dieser intelligenten Planungsidee einverstanden sind. Mit unserer gemeinsamen Anstrengung werden wir fantastische Ausflüge machen und wundervolle Erinnerungen schaffen. Ich freue mich auch. Denken wir immer daran, die Wettervorhersage zu überprüfen und unsere Ausflüge angenehmer und stressfreier zu gestalten. Auf viele weitere clevere Abenteuer zusammen. Prost darauf. Auf kluge Planung, tolle Gesellschaft und unvergessliche Erlebnisse. Lassen Sie uns jeden Ausflug zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Lektion 5 Flexible Zahlungsbedingungen Hallo Anna, ich habe über unsere aktuellen Zahlungsbedingungen nachgedacht. Wie wäre es mit einer Verlängerung der Zahlungsfrist, um sie überschaubarer zu machen? Hallo. Das ist ein interessanter Vorschlag. Die Verlängerung der Zahlungsfrist kann uns eine gewisse Flexibilität bieten und jegliche finanzielle Belastung verringern. Wie lange schlagen Sie vor, sie zu verlängern? Ich dachte darüber nach, der Zahlungsfrist einen zusätzlichen Monat hinzuzufügen. Das würde uns mehr Zeit geben, um die notwendigen Mittel zusammenzustellen, ohne uns überstürzt oder überfordert zu fühlen. Das klingt vernünftig. Ein zusätzlicher Monat würde in der Tat etwas Luft zum Atmen bieten. Es ermöglicht uns, unsere Ressourcen effektiver einzusetzen und unseren finanziellen Verpflichtungen bequem nachzukommen. Exakt. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden, das für beide Beteiligten funktioniert. Durch die Verlängerung der Zahlungsfrist können wir einen positiven Cashflow aufrechterhalten und reibungslose Finanztransaktionen sicherstellen. Ich stimme vollkommen zu. Es ist wichtig, eine Zahlungsvereinbarung zu haben, die unseren aktuellen Umständen entspricht. Diese Verlängerung wird uns helfen, den Überblick über unsere Finanzen zu behalten und unnötigen Stress zu vermeiden. Absolut. Es geht darum, eine Win-Win-Situation zu schaffen, von der beide Seiten profitieren. Durch die Verlängerung der Zahlungsfrist können wir unseren Verpflichtungen nachkommen und gleichzeitig die finanzielle Stabilität aufrechterhalten. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es zeigt, dass wir unsere Geschäftsbeziehung schätzen und bereit sind, zusammenzuarbeiten, um für beide Seiten vorteilhafte Lösungen zu finden. Es ist ein durchdachter Ansatz. Genau. Es geht um offene Kommunikation und um proaktives Finden von Lösungen. Indem wir eine verlängerte Zahlungsfrist besprechen und vereinbaren, können wir eine reibungslose und nachhaltige Partnerschaft sicherstellen. Du hast absolut recht. Es zeigt unser Engagement für die Aufrechterhaltung einer gesunden Geschäftsbeziehung. Es fördert das Vertrauen und zeigt, dass wir einer langfristigen Zusammenarbeit Priorität einräumen. Auf jeden Fall. Es ist ein proaktiver Schritt, der es uns ermöglicht, uns ohne unnötigen finanziellen Druck auf unsere Kernaktivitäten zu konzentrieren. Es gibt uns die Freiheit, unsere Ressourcen strategisch einzusetzen. Das ist ein großer Vorteil. Es ermöglicht uns, in andere Bereiche unseres Geschäfts zu investieren oder neue Möglichkeiten zu erkunden. Die verlängerte Zahlungsfrist bietet uns die Flexibilität, zu wachsen und zu gedeihen. Absolut. Es geht darum, Chancen zu nutzen und unsere Ressourcen optimal zu nutzen. Mit der verlängerten Zahlungsfrist haben wir die Freiheit, unsere Geschäftsziele effektiv zu verfolgen. Ich stimme vollkommen zu. Es ist ein strategischer Schritt, der mit unseren langfristigen Zielen übereinstimmt. Es ermöglicht uns, fundierte Entscheidungen zu treffen und kalkulierte Risiken einzugehen, ohne unsere finanzielle Stabilität zu gefährden. Genau. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zwischen finanzieller Verantwortung und dem Ergreifen von Chancen zu finden. Die verlängerte Zahlungsfrist hilft uns, dieses Gleichgewicht zu finden und unsere Geschäftsreise erfolgreich zu gestalten. Du hast absolut recht. Lassen Sie uns mit dieser Vereinbarung fortfahren und die Zahlungsfrist verlängern. Diese Entscheidung kommt beiden Parteien zugute und bereitet uns auf eine fruchtbare Zukunft vor. Ich freue mich, dass du damit einverstanden bist. Es ist ein Beweis für unseren Teamgeist und unser gemeinsames Engagement für den gemeinsamen Erfolg. Auf eine erfolgreiche Partnerschaft. Lektion 6 Lass uns einen Happen essen Hallo Anna, ich habe Hunger. Wie wäre es, wenn wir uns etwas zu essen holen gehen? Das ist eine großartige Idee. Ich habe auch Hunger. Lass uns gehen und unser Verlangen stillen. Absolut. Ich kenne ein fantastisches Restaurant in der Nähe, das leckeres Essen serviert. Sollen wir dorthin gehen? Hört sich gut an. Ich probiere immer gerne neues Essen aus. Gehen Sie voran und lassen Sie uns ein paar kulinarische Köstlichkeiten genießen. Perfekt. Ich habe gehört, dass Sie eine Vielzahl von Optionen auf Ihrer Speisekarte haben. Wir können wählen, worauf wir Lust haben. Das ist aufregend. Ich liebe es, Entscheidungen zu haben. Es wird Spaß machen, verschiedene Geschmacksrichtungen zu entdecken und etwas zu finden, das unsere Geschmacksknospen kitzelt. Auf jeden Fall. Es geht um das Erlebnis und darum, gemeinsam gutes Essen zu genießen. Ich freue mich auf unser kulinarisches Abenteuer. Vielen Dank. Ich auch. Essen bringt Menschen zusammen und sorgt für unvergessliche Momente. Lassen Sie uns dieses Essen zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Absolut. Es geht nicht nur darum, unseren Hunger zu stillen, sondern auch darum, gemeinsam zu essen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Essen verbindet Menschen und fördert ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich bin dankbar für diese Gelegenheit. Ebenso machen wir das Beste aus dieser Gelegenheit, uns bei einem köstlichen Essen zu treffen. Es ist eine perfekte Art, unsere Zeit miteinander zu verbringen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Gutes Essen, gute Gesellschaft und gute Unterhaltung. Besser geht es nicht. Exakt. Es geht darum, die einfachen Freuden des Lebens zu genießen und die kleinen Momente zu schätzen. Ich bin dankbar, diese Erfahrung mit Ihnen teilen zu können. Ebenso. Lasst uns diese Zeit genießen und sie unvergesslich machen. Das Leben besteht aus diesen kleinen Momenten und ich freue mich, dass wir sie gemeinsam gestalten können. Absolut. Lassen Sie uns jeden Bissen genießen und die Freude genießen, die gutes Essen und gute Gesellschaft mit sich bringt. Es ist ein Rezept für Glück. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns eintauchen und die Aromen genießen. Guten Appetit. Guten Appetit. Auf ein herrliches Essen und das Vergnügen der Gesellschaft des Anderen. Lassen Sie uns dieses kulinarische Erlebnis unvergesslich machen. Prost darauf. Auf gutes Essen, gute Gesellschaft und die Freude an gemeinsamen Momenten. Lassen Sie uns unser Essen in vollen Zügen genießen. Absolut. Ein Hoch darauf, schöne Erinnerungen zu schaffen und die einfachen Freuden des Lebens zu genießen. Lassen Sie uns dieses Essen zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Lektion 7 Zufällige Fluchten Hallo Anna, weißt du was? Ich habe darüber nachgedacht, einen romantischen Kurzurlaub zu planen. Irgendwelche Ideen, wo wir hingehen könnten. Hallo! Wie aufregend! Einen romantischen Kurzurlaub zu planen klingt nach einer wunderbaren Idee. Lass mich einen Moment nachdenken. Nehmen Sie sich Zeit. Ich bin offen für Vorschläge. Ich glaube, das Glück wird uns zum perfekten Ziel für unsere Flucht führen. Ich habe es. Wie wäre es mit einer gemütlichen Hütte in den Bergen? Wir können die ruhige Schönheit der Natur genießen und uns friedlich zurückziehen. Das ist eine geniale Idee. Ein Kurzurlaub in den Bergen würde eine ruhige Umgebung bieten und wir könnten in die malerische Aussicht eintauchen. Genau! Wir können wandern gehen, die Wanderwege erkunden und inmitten der atemberaubenden Landschaften ein Picknick machen. Es wird eine verjungende Erfahrung sein. Ich liebe den Klang davon. Es ist eine perfekte Gelegenheit, sich mit der Natur und Miteinander zu verbinden. Die Berge sorgen auf irgendeine Weise für Frieden und Gelassenheit. Das tun sie wirklich. Und wer weiß, vielleicht stoßen wir sogar auf versteckte Wasserfälle oder begegnen einer freundlichen Tierwelt. Es wird ein Abenteuer. Das klingt so aufregend. Das Überraschungsmoment verleiht unserem Kurzurlaub einen Hauch von Magie. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was die Berge für uns bereithalten. Ich auch nicht. Es geht darum, das Unbekannte anzunehmen und gemeinsam neue Erfahrungen zu entdecken. Wir werden Erinnerungen schaffen, die ein Leben lang anhalten werden. Absolut. Unser romantischer Kurzurlaub wird voller zufälliger Momente sein. Es ist die perfekte Gelegenheit, unsere Liebe zu feiern und wertvolle Erinnerungen zu schaffen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es geht darum, unsere Beziehung zu pflegen und die Schönheit des Lebens zu schätzen. Dieser Kurzurlaub wird ein Fest der Liebe und Zusammengehörigkeit sein. Genau. Es ist eine Gelegenheit, der Hektik des Alltags zu entfliehen und sich aufeinander zu konzentrieren. Wir werden ununterbrochen eine gute Zeit miteinander verbringen. Das ist so wichtig. Wir sind oft in unseren Routinen gefangen und dieser Kurzurlaub ermöglicht es uns, uns wieder zu verbinden und unsere Bindung zu stärken. Ich bin dankbar für diese Gelegenheit. Mir geht es genauso. Es ist eine Erinnerung daran, unserer Beziehung Priorität einzuräumen und die Liebe, die wir teilen, zu schätzen. Ich bin wirklich glücklich, dich an meiner Seite zu haben. Und ich bin glücklich, dich zu haben. Lassen Sie uns das Beste aus dieser zufälligen Flucht machen und ein romantisches Abenteuer erleben, das für immer in unseren Herzen verankert sein wird. Absolut. Auf eine zufällige Reise voller Liebe, Lachen und wunderschöner Momente. Begeben wir uns auf diesen Kurzurlaub und kreieren wir eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Lektion 8 Auf der anderen Seite des Tores Hallo Anna, mir ist gerade aufgefallen, dass es in der Nähe eine fantastische Buchhandlung gibt. Es ist direkt gegenüber von Garte 10. Willst du es dir ansehen? Hallo! Das klingt faszinierend. Ich bin immer bereit, neue Buchhandlungen zu erkunden. Wir haben genug Zeit bis zu unserem Flug. Lass uns gehen. Absolut. Bücher haben die Möglichkeit, uns in verschiedene Welten zu entführen. Ich freue mich darauf, in den Regalen zu stöbern und versteckte literarische Juwelen zu entdecken. Ich auch. Jedes Buch enthält eine einzigartige Geschichte, die darauf wartet, erzählt zu werden. Tauchen wir ein in das Reich der Fantasie und verlieren wir uns in den Seiten. Das ist das Schöne am Lesen. Wir können uns auf unglaubliche Abenteuer einlassen, ohne unsere Plätze zu verlassen. Es ist ein Tor zu grenzenlosen Möglichkeiten. Das ist es wirklich. Bücher öffnen unseren Geist, erweitern unseren Horizont und ermöglichen es uns, die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Ich bin dankbar für die Macht der Literatur. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist eine Fundgrube an Wissen und Inspiration. Lassen Sie uns in die Gänge des Buchladens eintauchen und uns der Freude am Lesen hingeben. Absolut. Der Duft von Büchern und die Vorfreude, eine neue Geschichte zu entdecken, hat etwas Magisches an sich. Machen wir das Beste aus dieser Gelegenheit. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wir werden die Gelegenheit haben, verschiedene Genres zu erkunden, in die Werke berühmter Autoren einzutauchen und vielleicht sogar auf einige versteckte literarische Juwelen zu stoßen. Das ist aufregend. Ich liebe es, auf unerwartete literarische Schätze zu stoßen. Es ist, als würde man eine versteckte Schatztruhe finden, die darauf wartet, freigeschaltet zu werden. Es ist ein aufregendes Gefühl. Die sind ein Zufluchtsort für Buchliebhaber wie uns. Ich bin voll und ganz dafür. Bücher haben die Möglichkeit, uns zu finden, wenn wir sie am dringendsten brauchen. Lassen wir uns vom Zufall zu den perfekten Lektüren für diese Reise führen. Absolut. Jedes Buch hat seine eigene Geschichte zu erzählen und wir haben das Glück, diese Gelegenheit zu haben, neue Erzählungen zu erforschen und zu entdecken. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen sie uns die Magie des Geschichtenerzählens genießen und uns von den Büchern in verschiedene Welten entführen lassen. Unser Geist wird mit jeder Seite, die wir umblättern, bereichert. Genau. Nutzen wir diese Gelegenheit, um in die Welt der Literatur einzutauchen, unser Wissen zu erweitern und unsere Fantasie anzuregen. Es ist eine Reise, die es wert ist, unternommen zu werden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Auf die Macht der Bücher, die Freude am Lesen und die Entdeckung neuer Welten. Begeben wir uns gemeinsam auf dieses literarische Abenteuer. Prost darauf! Auf die Worte, die unsere Seele entzünden, auf die Geschichten, die unser Herz fesseln und auf die Buchhandlung, die endlose Möglichkeiten bietet. Lassen Sie uns diesen Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Lektion 9 Kulinarische Köstlichkeiten Hallo Anna, ich habe tolle Dinge über dieses Restaurant gehört. Gibt es ein bestimmtes Gericht, das du empfehlen würdest zu probieren? Hallo Absolut Sie müssen Ihr charakteristisches Gericht probieren. Es ist ein kulinarisches Meisterwerk, das Ihren Gaumen verwöhnen wird. Das klingt unglaublich. Ich bin immer bereit, neue Geschmacksrichtungen auszuprobieren und die lokale Küche zu erleben. Was macht Ihr charakteristisches Gericht so besonders? Die Kombination von Aromen und Texturen ist einfach außergewöhnlich. Es ist eine harmonische Mischung aus herzhaft und süß mit einem Hauch von Würze, der auf Ihren Gaumen verweilt. Das klingt faszinierend. Ich liebe es, wenn Aromen in perfekter Harmonie zusammenkommen. Es ist wie eine Symphonie für die Geschmacksknospen. Exakt! Jeder Bissen ist eine köstliche Reise mit vielen Aromen, die sich entfalten und sie überraschen. Es ist eine Erfahrung, die sie nicht vergessen werden. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Gibt es noch etwas auf der Speisekarte, das ihre Aufmerksamkeit erregt? Unbedingt! Sie haben eine große Auswahl an Gerichten, die auf unterschiedliche Vorlieben zugeschnitten sind. Wenn sie Lust auf Meeresfrüchte haben, ist der gegrillte Fisch außergewöhnlich. Gegrillter Fisch klingt köstlich. Ich genieße die Einfachheit und Frische von Fischgerichten. Es ist ein kulinarischer Genuss, der die natürlichen Aromen zur Geltung bringt. Du hast absolut recht. Der gegrillte Fisch ist perfekt zubereitet, mit einer delikaten Balance zwischen Rauchigkeit und Zartheit. Ein Muss für Liebhaber von Meeresfrüchten. Ich bin dabei. Ich freue mich darauf, mich auf diese kulinarische Reise zu begeben und die Aromen zu genießen, die uns erwarten. Es ist eine Gelegenheit, die lokale Küche zu genießen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Die Erkundung der lokalen Küche ist ein wesentlicher Bestandteil des Eintauchens in eine neue Kultur. Es verleiht unserem Reiseerlebnis Tiefe. Absolut. Essen verbindet Menschen und erzählt Geschichten. Indem wir die lokalen Gerichte probieren, erhalten wir einen Einblick in die Traditionen und Aromen der Region. Das ist so wahr. Jedes Gericht hat eine reiche Geschichte und kulturelle Bedeutung. Es ist eine Möglichkeit, die Handwerkskunst und Leidenschaft zu schätzen, die für die Zubereitung eines unvergesslichen Essens erforderlich sind. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns die Aromen, Aromen und die kulinarische Kunst genießen, die uns erwarten. Es ist eine Einladung zu einem köstlichen Abenteuer. Lektion 10 Modische Schuhe Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, meine Schuhkollektion aufzuwerten. Sneaker sind auf jeden Fall immer im Trend. Was denkst du? Hallo, ich stimme vollkommen zu. Sneaker sind vielseitig und kommen nie aus der Mode. Sie eignen sich sowohl für lässige als auch für sportliche Looks. Ich suche auch ein modisches Paar. Das ist großartig. Komfort und Stil gehen Hand in Hand, wenn es um Sneaker geht. Es ist wichtig, ein Paar zu finden, das nicht nur gut aussieht, sondern sich auch gut an den Füßen anfühlt. Absolut. Mit dem richtigen Paar Sneakers kannst du den Tag mit Selbstvertrauen und Flair erobern. Es ist ein Statement Piece, das jedes Outfit vervollständigt. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Sneaker sind zu einem festen Bestandteil der Mode geworden, unabhängig von Geschlecht und Alter. Es ist faszinierend zu sehen, wie sie sich im Laufe der Jahre entwickelt haben. In der Tat. Sneaker sind weit davon entfernt, rein funktionale Sportschuhe zu sein. Heute sind sie ein Symbol für Selbstdarstellung und persönlichen Stil. Das ist wahr. Die Sneaker Kultur hat zu unzähligen Designs, Farben und Kollaborationen geführt. Es ist eine aufregende Welt, die es für Mode begeisterte wie uns zu erkunden gilt. Unbedingt. Es stehen so viele Optionen zur Auswahl, egal ob sie klassische weiße Sneaker oder mutige, aussagekräftige Designs bevorzugen. Es hängt alles von ihrem persönlichen Geschmack ab. Du hast absolut recht. Das Schöne an Sneakers ist ihre Fähigkeit, verschiedene Outfits zu ergänzen. Sie können mit Jeans, Kleidern oder sogar maßgeschneiderten Anzügen kombiniert werden. Das macht sie so vielseitig. Sie überbrücken mühelos die Lücke zwischen Komfort und Stil. Kein Wunder, dass sie für viele zu einem unverzichtbaren Kleidungsstück geworden sind. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist wichtig, ein Paar zu finden, das ihre Persönlichkeit widerspiegelt und zu ihrem Lebensstil passt. Egal, ob sie einen lässigen Look oder ein ausgefeilteres Ensemble bevorzugen, Sneaker können ihr Outfit aufwerten. Auf jeden Fall. Es geht darum, die richtige Balance zwischen Funktionalität und Mode zu finden. Die Investition in ein hochwertiges Paar Sneaker lohnt sich auf lange Sicht. Du hast absolut recht. Bei der Qualität von Schuhen sollten niemals Kompromisse eingegangen werden. Es ist wichtig, ein Paar zu wählen, das Halt und Haltbarkeit bietet. Absolut. Das richtige Paar Sneaker kann ihr treuer Begleiter auf langen Spaziergängen, beim Fitnessstudio oder sogar beim Ausgehen sein. Es geht darum, die perfekte Passform zu finden. In der Tat. Begeben wir uns auf die Suche nach modischen Schuhen und suchen nach dem Paar, das zu unserem individuellen Stil passt. Es ist eine aufregende Reise, die uns erwartet. Lektion 11 Heimwerken Hallo Anna, ich habe kürzlich meine Wohnzimmerwände selbst gestrichen. Es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Haben Sie jemals Heimwerkerprojekte ausprobiert? Hallo. Das klingt nach einer lohnenden Erfahrung. Ja, ich habe mich selbst an ein paar DIY-Projekten versucht. Es ist etwas Erfüllendes, seinen Lebensraum mit eigenen Händen zu verändern. Absolut. DIY-Projekte ermöglichen es uns, unserer Kreativität freien Lauf zu lassen und unseren Häusern eine persönliche Note zu verleihen. Es ist eine Gelegenheit, etwas Einzigartiges zu schaffen und unsere Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, Geld zu sparen und dabei neue Dinge zu lernen. Welche anderen DIY-Projekte hast du in Angriff genommen? Nun, neben dem Malen habe ich auch neue Regale in meinem Arbeitszimmer installiert. Es war ein praktisches Projekt, das mir half, meine Bücher zu organisieren und einen effizienten Arbeitsplatz zu schaffen. Das ist beeindruckend. DIY-Projekte können sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sein. Es ist befriedigend, das Endergebnis zu sehen und zu wissen, dass sie etwas mit ihren eigenen Händen erreicht haben. In der Tat. Das Erfolgserlebnis ist beispiellos. Es ist auch eine großartige Gelegenheit, Freunde- oder Familienmitglieder zu treffen, die das gleiche Interesse an DIY-Projekten teilen. Unbedingt! Die Zusammenarbeit mit anderen an DIY-Projekten kann viel Spaß machen. Sie können Ideen austauschen, voneinander lernen und gemeinsam etwas Sinnvolles schaffen. Das ist wahr. DIY-Projekte können Menschen zusammenbringen und bleibende Erinnerungen schaffen. Es ist eine Gelegenheit, sich auf einer tieferen Ebene zu verbinden und gleichzeitig auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es geht nicht nur um das Endergebnis, sondern auch um die Reise und die dabei gesammelten Erfahrungen. DIY-Projekte sind eine Quelle der Inspiration und des persönlichen Wachstums. Du hast absolut recht. Sie ermöglichen es uns, unsere Komfortzonen zu verlassen, neue Dinge auszuprobieren und unserer Kreativität freien Lauf zu lassen. Es ist ein kontinuierlicher Lernprozess, der uns beschäftigt. Auf jeden Fall. Und das Beste daran ist, dass es unendlich viele Möglichkeiten für die Y-Projekte gibt. Von kleinen Bastelarbeiten bis hin zu größeren Renovierungsarbeiten ist für jeden etwas dabei, unabhängig vom Können. Das ist das Schöne daran. Die Y-Projekte decken eine Vielzahl von Interessen und Fähigkeiten ab. Es geht darum, herauszufinden, was bei ihnen ankommt und sich auf ihre eigene kreative Reise zu begeben. Unbedingt. Also, was steht als nächstes auf deiner Liste der Y-Projekte. Gibt es spannende Pläne für die Umgestaltung ihres Wohnraums? Nun, ich habe darüber nachgedacht, ein maßgefertigtes Bücherregal für meine Romansammlung zu bauen. Es ist ein Projekt, das meine Liebe zur Holzbearbeitung und meine Leidenschaft für das Lesen vereint. Das klingt fantastisch. Ein maßgefertigtes Bücherregal wäre eine schöne Ergänzung für ihr Zuhause. Ich kann mir schon vorstellen, wie es das Ambiente verbessern und ihre Bücher zur Geltung bringen wird. Ich danke dir. Ich freue mich darauf, damit anzufangen und zu sehen, wie meine Vision zum Leben erweckt wird. Ich werde sicherstellen, dass der Prozess dokumentiert wird und das Endergebnis mit mit Ihnen geteilt wird. Ich kann es kaum erwarten, es zu sehen. DIY-Projekte wie diese inspirieren andere dazu, ihre eigenen kreativen Unternehmungen zu beginnen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, andere zu ermutigen, ihren inneren DIY-Enthusiasten zu Lassen Sie uns weiterhin die Welt der DIY-Projekte erkunden, unserer Kreativität freien Lauf lassen und dabei andere inspirieren. Es ist eine Reise voller endloser Möglichkeiten und persönlicher Weiterentwicklung. Lektion 12 Probleme mit dem Auto Hallo Anna, mein Auto fing an, seltsame Geräusche zu machen und hielt dann plötzlich an. Haben Sie jemals Probleme mit dem Auto gehabt? Hallo Oh, das klingt frustrierend. Ja, ich hatte schon einige Probleme mit dem Auto. Es kann ziemlich unpraktisch sein, wenn Ihr Fahrzeug unerwartet eine Panne hat. Absolut. Es ist wichtig, ruhig zu bleiben und die Situation einzuschätzen, wenn es um Probleme mit dem Auto geht. Haben Sie Tipps, was in solchen Situationen zu tun ist? Nun, das Erste, was Sie tun sollten, ist, wenn möglich, einen sicheren Ort zum Anhalten zu finden. Es ist wichtig, dass Sie Ihrer Sicherheit und der anderer Fahrer auf der Straße Priorität einrollen. Das ist ein gutes Argument. Sicherheit sollte immer oberste Priorität haben. Welche Schritte sollten Sie nach dem Anhalten Unternehmen, um das Problem mit dem Auto zu beheben? Nun, wenn Sie sich mit Automechanikern nicht auskennen, rufen Sie am besten die Pannenhilfe oder einen Abschleppwagen an. Sie können Ihnen helfen, das Problem zu diagnostizieren und Ihr Auto zu einer Werkstatt zu transportieren. Das ist eine praktische Lösung. Es ist wichtig, sich auf Fachleute zu verlassen, die über das Wissen und die Auto effektiv zu lösen. Welche anderen Vorsichtsmaßnahmen sollten wir treffen? Ein weiterer wichtiger Schritt besteht darin, eine Notfallausrüstung in Ihrem Auto aufzubewahren. Dieses Set sollte Gegenstände wie eine Taschenlampe, Starthilfekabel, einen Reifendruckmesser und ein Erste-Hilfe-Set enthalten. Das ist ein toller Tipp. Wenn Sie mit einer Notfallausrüstung vorbereitet sind, kann dies einen großen Unterschied bei der Bewältigung von Autoproblemen ausmachen. Es ist immer besser, proaktiv zu sein, als überrascht zu werden. Absolut. Es ist auch eine gute Idee, Ihr Auto regelmäßig warten zu lassen. Routine Inspektionen können helfen, potenzielle Probleme zu erkennen, bevor sie zu größeren Problemen eskalieren. Das ist ein kluger Ansatz. Durch präventive Wartung können Sie Zeit, Geld und die Mühe sparen, unerwartete Ausfälle zu beheben. Es ist wichtig, sich um unsere Fahrzeuge zu kümmern. Auf jeden Fall. Regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer Ihres Autos verlängern und dessen optimale Leistung sicherstellen. Es ist eine Investition, die sich für ein reibungsloses Fahrerlebnis lohnt. Du hast absolut recht. Probleme mit dem Auto können stressig sein, aber wenn sie einen Plan haben und vorbeugende Maßnahmen ergreifen, können ihre Auswirkungen minimiert werden. Es geht darum, proaktiv zu sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Vorbereitet und informiert zu sein, kann einen erheblichen Unterschied machen, wenn es um Probleme mit dem Auto geht. Es ist ermutigend, etwas Wissen in diesem Bereich zu haben. In der Tat. Das Erlernen der grundlegenden Wartung und Fehlerbehebung von Autos kann viel bewirken. Es ermöglicht uns, kleinere Probleme selbst zu lösen und fundierte Entscheidungen zu treffen, wenn wir professionelle Hilfe suchen. Unbedingt. Es ist wichtig, dass wir uns mit dem notwendigen Wissen ausstatten, um Probleme mit dem Auto souverän zu lösen. Auf diese Weise können wir die Kontrolle über die Situation übernehmen und Stress minimieren. Du hast absolut recht. Lassen Sie uns weiter lernen und uns das Wissen aneignen, das wir benötigen, um Probleme mit Autos zu lösen. Das alles gehört dazu, verantwortungsbewusste Autobesitzer zu sein. Lektion 13 Auswahl von Lebensmitteln Hallo Anna, ich dachte darüber nach, heute Abend ein neues Restaurant auszuprobieren. Das klingt gut. Ich bevorzuge ein Hühnchengericht. Irgendwelche Empfehlungen? Hallo, das ist eine gute Wahl. In der Innenstadt gibt es ein neues Restaurant, das für seine köstlichen Hühnchengerichte bekannt ist. Es ist ein beliebter Ort bei Einheimischen. Das klingt vielversprechend. Ich bin immer bereit, neue Orte auszuprobieren. Welche anderen Gerichte bieten Sie außer Hühnchen an? Nun, Sie haben eine vielfältige Speisekarte mit Optionen für jeden Geschmack. Von Meeresfrüchten bis hin zu vegetarischen Gerichten ist für jeden etwas dabei. Sie haben auch eine Vielzahl von Vorspeisen und Desserts. Das ist toll zu hören. Es ist immer schön, eine Reihe von Optionen zu haben, wenn man auswärts ist. Bist du hungrig? Möchtest du heute Abend mit mir zu Abend essen? Absolut. Ich habe Hunger und würde mich dir gerne anschließen. Es ist immer ein herrliches Erlebnis, neue Restaurants auszuprobieren und verschiedene Küchen zu erkunden. Fantastisch! Ich freue mich darauf, dieses kulinarische Abenteuer mit Ihnen zu teilen. Es macht immer mehr Spaß, in guter Gesellschaft zu speisen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Gutes Essen und gute Gesellschaft sorgen für ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis. Es ist eine Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und die Gesellschaft des anderen zu genießen. In der Tat. Das Essen im Freien bietet die Möglichkeit, sich zu entspannen und köstliches Essen zu genießen. Es ist eine Pause von unseren täglichen Routinen und eine Gelegenheit, sich ein wenig zu verwöhnen. Unbedingt. Es ist ein Genuss für die Sinne. Das Aroma, die Aromen und die Präsentation der Gerichte können das kulinarische Erlebnis wirklich verbessern. Es ist ein Fest für Augen und Gaumen. Du hast absolut Recht. Essen bringt Menschen zusammen und schafft ein Gemeinschaftsgefühl. Es ist eine universelle Sprache, die kulturelle Grenzen überschreitet. Auf jeden Fall. Die Erkundung verschiedener Küchen ermöglicht es uns, verschiedene Kulturen und Traditionen kennenzulernen. Es erweitert unseren Horizont und vertieft unsere Wertschätzung für Vielfalt. Das ist sehr wahr. Essen ist ein Spiegelbild der Geschichte, Traditionen und Werte einer Kultur. Es ist ein Tor, um Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zu verstehen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Lektion 14 Soziale Auswirkungen Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, welche Auswirkungen wir in unserer Gesellschaft haben können. Ich stimme zu. Welche Ideen haben Sie im Kopf? Hallo. Nun, ich denke, wir sollten uns auf soziale Themen konzentrieren, die unsere Gemeinschaft direkt betreffen. Indem wir uns diesen Herausforderungen stellen, können wir eine positive Veränderung bewirken. Das ist eine großartige Perspektive. Also, welche spezifischen sozialen Themen sollten wir ihrer Meinung nach priorisieren? Ein wichtiges Thema, das mir in den Sinn kommt, ist Bildung. Der Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung für alle kann den Einzelnen stärken und zu einer gerechteren Gesellschaft beitragen. Absolut. Bildung ist der Schlüssel, um Chancen zu erschließen und den Kreislauf der Armut zu durchbrechen. Es ist von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass jeder den gleichen Zugang zu Bildung hat. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ein weiterer Bereich, den wir berücksichtigen sollten, ist die ökologische Nachhaltigkeit. Die Förderung umweltfreundlicher Praktiken kann dazu beitragen, unseren Planeten für zukünftige Generationen zu schützen. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Es liegt in unserer Verantwortung, uns um die Umwelt zu kümmern. Kleine Schritte wie Recycling und Abfallreduzierung können erhebliche Auswirkungen haben. Auf jeden Fall. Ein soziales Problem, das oft übersehen wird, ist die psychische Gesundheit. Die Sensibilisierung und Unterstützung des psychischen Wohlbefindens sind für eine gesunde Gesellschaft unerlässlich. Ich stimme vollkommen zu. Psychische Gesundheit ist genauso wichtig wie körperliche Gesundheit. Die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen und die Förderung des geistigen Wohlbefindens sollten Priorität haben. Unbedingt. Ein weiterer Bereich, auf den wir uns konzentrieren sollten, ist die Armutsbekämpfung. Indem wir Initiativen unterstützen, die Chancen und Ressourcen bieten, können wir dazu beitragen, die Bedürftigen zu unterstützen. Das ist eine edle Sache. Armut kann weitreichende Auswirkungen auf Einzelpersonen und Gemeinschaften haben. Es ist von entscheidender Bedeutung, auf die Schaffung einer integrativeren und solidarischeren Gesellschaft hinzuarbeiten. Auf jeden Fall. Schließlich ist die Förderung von Vielfalt und Inklusion für eine harmonische Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. Die Einbeziehung verschiedener Kulturen und Perspektiven bereichert unsere Gemeinschaften. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Vielfalt zu feiern fördert Verständnis, Empathie und Respekt unter den Menschen. Es ist ein Schritt zum Aufbau einer toleranteren und inklusiveren Welt. Unbedingt! Lassen Sie uns also weiter über diese sozialen Themen nachdenken und umsetzbare Schritte ausarbeiten, die wir ergreifen können, um eine positive Wirkung in unserer Gemeinschaft zu erzielen. Tolle Idee! Gemeinsam können wir das Bewusstsein schärfen, ehrenamtlich tätig sein, lokale Organisationen unterstützen und uns für neue Veränderungen einsetzen. Kleine Maßnahmen können zu erheblichen Veränderungen führen. Lektion 15 Online-Sicherheit Hallo Anna, ich wollte mit dir über Online-Sicherheit sprechen. Es ist wichtig, unsere persönlichen Daten zu schützen, insbesondere bei Online-Käufen. Hallo! Du hast absolut recht. Wir müssen mit unseren Kreditkarteninformationen vorsichtig sein. Es sollte nur auf sicheren Websites geteilt werden. Auf jeden Fall. Sichere Websites haben ein HTTPS-skeptischer Smiley in ihrer URL und ein Schlosssymbol in der Adressleiste. Dies weist darauf hin, dass die Verbindung verschlüsselt und sicher ist. Das ist richtig. Es ist auch wichtig, sichere und eindeutige Passwörter für unsere Online-Konten zu verwenden. Eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Symbolen wird empfohlen. Absolut! Die Verwendung desselben Passworts für mehrere Konten erhöht das Risiko einer Sicherheitsverletzung. Es ist besser, unterschiedliche Passwörter zu verwenden, um unsere Daten zu schützen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Vorsicht vor Fishing-E-Mails oder verdächtigen Links. Hacker verwenden diese Methoden häufig, um persönliche Daten zu stehlen. Das ist ein entscheidender Punkt. Wir sollten niemals auf verdächtige Links klicken oder personenbezogene Daten als Antwort auf unaufgeforderte E-Mails angeben. Es ist besser, zuerst die Quelle zu überprüfen. Auf jeden Fall! Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist eine weitere effektive Methode, um unsere Konten zu sichern. Sie bietet eine zusätzliche Schutzebene, da ein Bestätigungscode erforderlich ist. Ich stimme vollkommen zu. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet ein zusätzliches Maß an Sicherheit. Für zusätzliche Sicherheit lohnt es sich, sie auf all unseren wichtigen Konten zu aktivieren. Unbedingt! Es empfiehlt sich auch, unsere Kontoauszüge und Kreditauskünfte regelmäßig auf unautorisierte Transaktionen oder verdächtige Aktivitäten zu überprüfen. Das ist richtig! Indem wir wachsam bleiben und unsere Finanzunterlagen überprüfen, können wir potenziellen Betrug schnell erkennen und geeignete Maßnahmen ergreifen. Auf jeden Fall! Schließlich ist es wichtig, unsere Geräte und Software auf dem neuesten Stand zu halten. Die regelmäßige Installation von Updates und Patches hilft, Sicherheitslücken zu beheben. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Software-Updates enthalten häufig Sicherheitsverbesserungen, die vor den neuesten Bedrohungen schützen. Wenn Updates vernachlässigt werden, können unsere Geräte anfällig werden. Unbedingt! Lassen Sie uns also unserer Online-Sicherheit Priorität einräumen. In dem wir diese bewährten Methoden befolgen, können wir das Risiko von Identitätsdiebstahl und Finanzbetrug minimieren. Tolle Idee! Seien wir proaktiv und bleiben wir über die neuesten Sicherheitspraktiken auf dem Laufenden. Wenn wir diese Vorsichtsmaßnahmen treffen, können wir den Komfort des Online-Shoppings genießen, ohne unsere persönlichen Daten zu gefährden. Auf jeden Fall! Der Schutz unserer Online-Sicherheit ist eine Verantwortung, die wir niemals übersehen sollten. Es ist eine Investition in unsere Privatsphäre und unseren Seelenfrieden. Prost darauf! Wir freuen uns darauf, unsere persönlichen Daten proaktiv zu schützen, Cyberbedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein und ein sicheres Online- Erlebnis zu genießen. Lassen Sie uns der Online-Sicherheit Priorität einräumen. Lektion 16 Akademische Verbesserung Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie ich meine akademischen Leistungen verbessern kann. Irgendwelche Vorschläge? Hallo! Absolut! Eine effektive Strategie besteht darin, gute Lerngewohnheiten zu entwickeln. Einen konsistenten Lernplan zu erstellen und einen ruhigen Ort zu finden, an dem man sich konzentrieren kann, kann einen großen Unterschied machen. Das ist ein toller Tipp. Ich werde dafür sorgen, dass ich mir Zeit für das Lernen nehme und Ablenkungen vermeide. Was kann ich sonst tun? Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das aktive Lernen. Anstatt nur zu lesen oder zuzuhören, setzen Sie sich aktiv mit dem Material auseinander. Machen Sie sich Notizen, stellen Sie Fragen und nehmen Sie an Diskussionen teil. Ich verstehe. Es geht also darum, aktiv am Lernprozess beteiligt zu sein, anstatt passiv Informationen aufzunehmen. Das macht Sinn. Es hilft beim Verständnis und beim Festhalten. Darüber hinaus ist es wichtig, Lehrer oder Klassenkameraden um Klärung zu bitten, wenn sie etwas nicht verstehen. Das ist ein gutes Argument. Um Hilfe zu bitten, zeigt Initiative und Lernwählen. Ich werde sicherstellen, dass ich bei Bedarf um Hilfe bitten werde. Großartig. Eine andere Strategie besteht darin, komplexe Aufgaben in kleinere, überschaubare Aufgaben aufzuteilen. Auf diese Weise können Sie sie Schritt für Schritt angehen und das Lernen leichter zugänglich machen. Das ist ein kluger Ansatz. Wenn ich die Dinge aufschlage, wird es weniger überwältigend und ich kann effizienter vorankommen. Ich werde es versuchen. Übung macht den Meister, oder? Ich werde es mir zur Aufgabe machen, regelmäßig zu üben, um mein Verständnis und meine Fähigkeiten in verschiedenen Fächern zu stärken. Unbedingt! Ein weiterer wertvoller Tipp ist die regelmäßige Überprüfung und Überarbeitung. Unterbrechen Sie das Lernen nicht bis zur letzten Minute. Die regelmäßige Überprüfung des Materials hilft bei der langfristigen Aufbewahrung. Ich stimme zu. Das Packen direkt vor einer Prüfung führt selten zu tiefen Verständnis. Ich werde meine Notizen und Materialien regelmäßig überprüfen, um mein Lernen zu vertiefen. Das ist ein toller Plan. Kümmere dich zuletzt körperlich und geistig um dich. Holen Sie sich genug Ruhe, essen Sie nahrhafte Mahlzeiten und gehen Sie effektiv mit Stress um. Ein gesunder Geist und Körper unterstützen den akademischen Erfolg. Du hast absolut recht. Ein ausgewogener Lebensstil ist entscheidend für das allgemeine Wohlbefinden und wirkt sich auch positiv auf die schulischen Leistungen aus. Ich werde der Selbstpflege Priorität einräumen. Perfekt. Durch die Umsetzung dieser Strategien können Sie also Ihre akademischen Leistungen verbessern und das Beste aus Ihrer Lernreise herausholen. Viel Glück! Ich danke dir. Ich schätze Ihre Anleitung und Unterstützung. Ich freue mich darauf, diese Tipps in die Tat umzusetzen und die Verbesserungen meiner akademischen Bemühungen zu sehen. Auf eine erfolgreiche Reise des Lernens und Wachstums! Lektion 17 Produktive Aktivitäten Hallo Anna, ich habe mich gefragt, wie du dich in letzter Zeit beschäftigt hast. Gibt es interessante Aktivitäten oder Hobbys, denen Sie nachgegangen sind? Hallo! Absolut! In letzter Zeit habe ich mich auf die persönliche Entwicklung konzentriert. Ich habe Bücher gelesen, neue Fähigkeiten gelernt und Online-Kurse besucht. Das klingt großartig. Kontinuierliches Lernen ist immer von Vorteil. Welche Art von Büchern liest du und welche Fähigkeiten lernst du? Ich habe eine Mischung aus Belletristik und Sachbüchern gelesen. Belletristik hilft mir, mich zu entspannen und in andere Welten zu entfliehen, während Sachbücher mein Wissen in verschiedenen Fächern bereichern. Was die Fähigkeiten angeht, so lerne ich Grafikdesign und Programmieren. Das ist beeindruckend. Grafikdesign und Kodierung sind wertvolle Fähigkeiten in der heutigen digitalen Welt. Genießt du den Lernprozess? Absolut! Es ist herausfordernd, aber lohnend. Ich liebe es, meine Kreativität durch Design zum Ausdruck bringen zu können und das Programmieren ermöglicht es mir, die Logik hinter der Technologie zu verstehen. Das ist fantastisch! Ich habe auch darüber nachgedacht, ein neues Hobby aufzunehmen. Irgendwelche Vorschläge für interessante Hobbys, die ich erkunden könnte? Natürlich! Wie wäre es mit Fotografie? Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Ihre Sicht auf die Welt einzufangen und auszudrücken. Außerdem können Sie damit Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Das klingt faszinierend. Ich habe schon immer schöne Fotos bewundert. Ich glaube, ich werde es versuchen. Irgendwelche Tipps für einen Anfänger wie mich? Auf jeden Fall! Machen Sie sich zunächst mit den Grundfunktionen Ihrer Kamera vertraut und experimentieren Sie mit verschiedenen Kompositionen. Scheuen Sie sich nicht, viele Fotos zu machen und aus jeder Aufnahme zu lernen. Daran werde ich mich erinnern. Übung macht den Meister, wie man so schön sagt. Gibt es neben der Fotografie noch andere Hobbys, die du empfehlen würdest? Unbedingt! Ein weiteres tolles Hobby ist Gartenarbeit. Es ist eine friedliche und lohnende Aktivität, die Sie mit der Natur verbindet. Sie können mit einer kleinen Zimmerpflanze beginnen oder auf Ihrem Balkon einen Minigarten anlegen. Das klingt wunderbar. Gartenarbeit würde in der Tat ein Gefühl der Ruhe bringen. Ich werde mir das ansehen und sehen, wie ich es in meinen Tagesablauf integrieren kann. Großartig! Abschließend würde ich vorschlagen, die Welt des Kochens zu erkunden. Das Ausprobieren neuer Rezepte und das Experimentieren mit verschiedenen Geschmacksrichtungen kann ein herrliches und köstliches Abenteuer sein. Kochen klingt nach einem fantastischen Hobby. Ich habe gutes Essen schon immer genossen und Kochen lernen wäre eine wertvolle Fähigkeit. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Wunderbar! Indem wir also dieser Hobbys erkunden und produktiven Aktivitäten nachgehen, können wir das Beste aus unserer Freizeit machen und als Individuen weiter wachsen. Genießen Sie Ihre Entdeckungs- und Selbstfindungsreise. Ich danke dir. Ich freue mich über Ihre Vorschläge und Ihre Ermutigung. Es geht darum, neue Hobbys anzunehmen, unseren Horizont zu erweitern und Freude an der Reise der persönlichen Entwicklung zu finden. Prost! Lektion 18 Wochenen Shopping Pläne Hallo Anna, hast du Pläne für das Wochenende gemacht? Ich dachte, es wäre toll, wenn wir zusammen einkaufen gehen könnten. Hallo! Das klingt nach einer lustigen Idee. Ich habe noch keine Pläne gemacht. Einkaufen klingt also perfekt. An welche Art von Einkaufen denkst du? Nun, ich muss ein paar neue Klamotten für eine bevorstehende Veranstaltung kaufen. Und ich dachte, es wäre schön, einige lokale Boutiquen zu erkunden und verschiedene Stile auszuprobieren. Das klingt aufregend. Ich bin immer bereit für ein Einkaufsabenteuer. Es ist eine großartige Gelegenheit, neue Modetrends zu entdecken und Unikate zu finden. Absolut! Außerdem ist Ihr Sinn für Mode tadellos, daher würde ich mich über Ihre Anregungen und Vorschläge freuen, während wir einkaufen. Danke für das Kompliment. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Abgesehen von Kleidung, gibt es etwas Spezielles, das du kaufen möchtest? Eigentlich bin ich auch auf der Suche nach einem neuen Laptop. Meiner hat sich in letzter Zeit schlecht verhalten und ich denke, es ist Zeit für ein Upgrade. Also, wenn wir auf irgendwelche Elektronikgeschäfte stoßen, wäre das toll. Vermerkt! Wir können während unseres Einkaufsbummels auf jeden Fall nach Elektronikgeschäften Ausschau halten. Unsere Mission ist es, den perfekten Laptop zu finden, der Ihren Anforderungen entspricht. Ich schätze deinen Enthusiasmus. Es macht immer mehr Spaß, einen Einkaufskumpel zu haben, der die Aufregung teilt. Gibt es bestimmte Geschäfte oder Bereiche, die Sie erkunden möchten? Nun, ich habe von einem neu eröffneten Einkaufsviertel in der Innenstadt gehört. Es soll eine Mischung aus trendigen Boutiquen, Kunsthandwerksläden und gemütlichen Cafés geben. Es könnte sich lohnen, es sich anzusehen. Das klingt nach einem großartigen Vorschlag. Die Erkundung eines neuen Einkaufsviertels würde unserem Ausflug ein bisschen Abenteuer verleihen. Ich freue mich darauf. Ich auch. Es ist immer erfrischend, neue Orte und Erlebnisse zu entdecken. Oh, und vergessen Sie nicht, eine Liste der Kleidungsstücke, die Sie benötigen, und der Laptop-Spezifikationen, nach denen Sie suchen, mitzubringen. Es wird uns helfen, konzentriert zu bleiben. Guter Punkt. Ich werde sicherstellen, dass ich die Details vorher aufschreibe. Eine Liste hält uns organisiert und stellt sicher, dass wir unsere Einkaufszeit optimal nutzen. Hervorradend. Also, wir haben einen Plan für das Wochenende. Unser Einkaufsabenteuer erwartet Sie voller Mode, Technologie und neuer Entdeckungen. Machen wir es zu einem unvergesslichen Erlebnis. Absolut. Dem könnte ich nur zustimmen. Danke, dass du mich auf dieser Einkaufstour begleitet hast. Auf ein erfolgreiches und unterhaltsames Wochenende voller Einkaufstherapie und guter Gesellschaft. Lektion 19 Digitale Tickets Hallo Anna, ist dir aufgefallen, dass die meisten Bahnunternehmen heutzutage elektronische Tickets akzeptieren? Es ist so praktisch, sie auf ihrem Handy zu zeigen, anstatt sie auszudrucken. Hallo. Absolut. Ich liebe den Komfort digitaler Tickets. Das spart Papier und macht das lästige Mitführen physischer Tickets überflüssig. Außerdem ist es einfacher, den Überblick zu behalten. Du hast absolut recht. Es ist eine viel umweltfreundlichere Option und reduziert das Risiko, Tickets zu verlieren oder zu verlegen. Haben Sie Erfahrung mit digitalen Tickets gemacht? Ja. Ich habe mehrmals digitale Tickets für Zugreisen verwendet. Es ist so einfach, wie das Ticket auf Ihr Handy herunterzuladen und es dem Schaffner beim Einsteigen in den Zug vorzulegen. Das klingt einfach. Gibt es bestimmte Apps oder Plattformen, die Sie für den Kauf und die Speicherung digitaler Tickets empfehlen? Es stehen verschiedene Auktionen zur Verfügung. Einige Bahnunternehmen haben ihre eigenen mobilen Apps, mit denen Sie Tickets kaufen und speichern können. Alternativ können Sie Apps von Drittanbietern verwenden, die Tickets mehrerer Anbieter konsolidieren. Ich verstehe. Daher ist es wichtig, auf der Website oder im App Store des Bahnunternehmens nach der empfohlenen Ticketplattform zu suchen. Auf diese Weise können wir ein reibungsloses Erlebnis gewährleisten. Exakt. Es ist immer eine gute Idee, sich mit dem spezifischen Ticketsystem der Bahngesellschaft, mit der Sie reisen, vertraut zu machen. Diese Informationen finden Sie normalerweise auf Ihrer Website oder beim Kundensupport. Das ist ein hilfreicher Tipp. Ich werde sicherstellen, dass ich vor meiner nächsten Zugreise meine Nachforschungen anstelle. Gibt es weitere Vorteile bei der Verwendung digitaler Tickets? Ein Vorteil ist die Möglichkeit, jederzeit problemlos auf Ihr Ticket zu zugreifen. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Sie es vergessen oder verlieren, da es auf Ihrem Telefon gespeichert ist. Darüber hinaus bieten einige Apps Funktionen wie Zugupdates in Echtzeit und Sitzplatzauswahl. Das ist fantastisch. Der Zugriff auf Updates in Echtzeit und die Möglichkeit, Sitzplätze auszuwählen, erhöhen den Komfort und die Flexibilität des Reiseerlebnisses. Es ist großartig zu sehen, wie Technologie die Art und Weise, wie wir reisen, verbessert. Absolut. Technologie hat viele Aspekte unseres Lebens revolutioniert und Reisen ist keine Ausnahme. Digitale Tickets sind nur ein Beispiel dafür, wie Technologie den Komfort und die Effizienz verbessert. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Die Einführung digitaler Tickets optimiert nicht nur den Ticketing-Prozess, sondern trägt auch zu einer nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Zukunft bei. Gut gesagt. Es ist wichtig, dass wir uns an diese Fortschritte anpassen und das Beste aus den uns zur Verfügung stehenden digitalen Tools herausholen. Lassen Sie uns weiterhin die Vorteile digitaler Tickets nutzen und stressfreies Reisen genießen. Absolut. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse und Erfahrungen mit digitalen Tickets geteilt haben. Wir freuen uns auf eine Zukunft nahtlosen und umweltbewussten Reisens. Prost! Lektion 20 Mobiles Missgeschick Hallo Anna, ich hatte heute ein kleines Missgeschick. Ich habe vergessen, mein Handy mitzubringen. Oh nein, das kann ziemlich unpraktisch sein. Unsere Telefone sind zu einem wichtigen Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden. Wie kommst du ohne es zurecht? Es ist definitiv eine Herausforderung. Ich verlasse mich bei so vielen Dingen wie Kommunikation, Navigation und sogar Unterhaltung auf mein Telefon. Ohne es fühle ich mich ein bisschen getrennt. Das kann ich verstehen. Unsere Smartphones sind zu einem zentralen Knotenpunkt für verschiedene Aktivitäten geworden. Kann ich irgendetwas tun, um Ihnen zu helfen, während Sie Ihr Handy nicht haben? Nun, ich habe später ein wichtiges Meeting und normalerweise verwende ich mein Telefon für Erinnerungen und Notizen. Wäre es möglich, dass ich mir dein Handy für eine Weile ausleihe? Natürlich! Du kannst gerne mein Handy benutzen. Ich zeige Ihnen schnell, wie Sie auf die Erinnerungs- und Notiz-Apps zugreifen können. Es sollte ziemlich einfach sein. Ich danke dir vielmals. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Es ist eine Erleichterung zu wissen, dass ich einen Backup-Plan für mein Meeting habe. Gar kein Problem. Wir alle haben diese Momente der Vergesslichkeit. Es ist gut, jemanden zu haben, auf den man sich in solchen Situationen verlassen kann. Lassen Sie mich wissen, ob ich Ihnen sonst noch weiterhelfen kann. Das werde ich. Du bist ein Lebensretter. Ich werde in Zukunft achtsamer sein und das noch einmal überprüfen, bevor ich das Haus verlasse. Das passiert den Besten von uns. Wir haben alle unsere Momente. Denken Sie daran, dies als eine gelernte Lektion zu betrachten und diese Erfahrung zu nutzen, um beim nächsten Mal besser vorbereitet zu sein. Absolut. Ich werde dieses Missgeschick in eine Wachstumschance verwandeln. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Du bist sehr willkommen. Dafür sind Freunde Schießjicht da. Wir sind hier, um uns in Zeiten der Not gegenseitig zu helfen. Stellen wir jetzt sicher, dass Sie gut auf Ihr Meeting vorbereitet sind. In der Tat. Mit Ihrer Hilfe und ein bisschen Anpassungsfähigkeit bin ich zuversichtlich, dass ich das reibungslos überstehen werde. Nochmals vielen Dank, dass du so ein guter Freund bist. Es ist mir ein Vergnügen. Freunde halten zusammen und unterstützen sich gegenseitig. Denken Sie daran, es ist nur ein vorübergehender Rückschlag. Sie haben Ihr Handy in kürzester Zeit zurück. Das ist wahr. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ich werde in Zukunft vorsichtiger sein, auf findige Freunde und die Fähigkeit, unerwartete Herausforderungen zu meistern. Lektion 21 Rechtzeitige Anrufe Hallo Anna, könntest du mich bitte daran erinnern, morgen einen wichtigen Anruf zu tätigen? Hallo! Natürlich werde ich Sie daran erinnern. Um wie viel Uhr sollte ich dich daran erinnern? Ich würde mich freuen, wenn Sie mich pünktlich um 7 Uhr daran erinnern könnten. Es ist wichtig, den Anruf früh zu tätigen. Vermerkt! Ich stelle den Wecker auf 6 Uhr und 55 Minuten, damit du genug Zeit hast, dich vorzubereiten. Das ist perfekt. Vielen Dank für deine Hilfe! Gar kein Problem! Es ist wichtig, organisiert zu bleiben und den Überblick zu behalten. Absolut! Ich möchte keine wichtigen Anrufe oder Termine verpassen. Schnelligkeit und Pünktlichkeit sind unerlässlich, insbesondere in beruflichen Angelegenheiten. Ich stimme vollkommen zu. Es zeigt Verantwortung und Respekt für die Zeit anderer. Auf jeden Fall! Es ist auch gut, Erinnerungen für andere wichtige Aufgaben einzurichten. Das ist ein toller Vorschlag. Erinnerungen können uns helfen, konzentriert und effizient zu bleiben. Absolut! Es ist leicht, sich in den täglichen Aktivitäten zu verlieren und wichtige Dinge zu vergessen. So wahr! Ich schätze Ihre Unterstützung, um mich auf Kurs zu halten. Du bist willkommen! Wir alle brauchen manchmal ein bisschen Hilfe. Das ist wahr! Es ist toll, jemanden wie dich zu haben, auf den man sich verlassen kann. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Denken Sie daran, Teamwork macht die Dinge einfacher. In der Tat ist Teamarbeit sowohl in persönlicher als auch in beruflicher Hinsicht von entscheidender Bedeutung. und als auch in der Tatod zu schließen. Vielen Dank.